Ziehen wir aus die Dinge, die uns unten halten. All das, was zur Vergangenheit gehört. Alte Mäntel. Alte sogenannte Salbungen. Alte Dinge. Die uns sogar in Gefangenschaft hielten. Genau jetzt ziehen wir diese Mäntel aus und wir lassen sie dort am Wegesrand. Und wir gehen zu dir. Wir gehen auf dich zu. Und Jesus, wir wissen, dass du genau jetzt hier bist. vor mir, vor uns. Vor uns. Und du stellst eine Frage. Was möchtest du? Was soll ich für dich tun? Und du möchtest, dass wir antworten. Da, wo du jetzt stehst. Schließ deine Augen. Jesus steht vor dir. Da ist nichts, was zwischen dir und ihm steht. Da ist keine Kontrolle oder Macht oder irgendwelche Vorschläge, durch wen auch immer. Wer auch immer versucht hat, dir Dinge aufzuerlegen, die du gar nicht tragen solltest. Du hast sie zurückgelassen am Wegesrand. Keine Gewalt mehr über dich. Das ist ein neuer Tag. Und ein neues Aufstehen. Ein neuer Tag. Und nun stehst du Gesicht, Angesicht zu Angesicht, mit dem Meister. Und er sagt, du sagst ihm, was du möchtest. Sag ihm, was du möchtest. Wenn du nicht weißt, was du möchtest, bitte ihn um ein Wort. Bitte ihn um einen Traum. Bitte ihn um eine Vision. Die Salbung Gottes ist hier. Es ist überall jetzt hier, auf diesem Ort. Jesus spricht in das Leben von Menschen. Danke, Heiliger Geist. Danke für eine Freisetzung dieser Salbung jetzt. Danke, Heiliger Geist. Für eine starke Bewegung. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus. Ich danke dir, Jesus. Für das, was du jetzt tust. Sag ihm, was du möchtest. Vielleicht möchtest du Heilung. Seine Heilungskraft ist hier. Vielleicht möchtest du einen Durchbruch. Seine Durchbruchskraft ist hier. Sie ist hier stark. Sie ist hier stark. Sie ist wirklich stark. Sie fühlt sich in meinen Händen, kann ich es spüren. Sie ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, twoine Spirit. Danke, twoine Spirit. Das ist ja auch. Amen. Leg einfach deine Hände auf die Person, die neben dir steht Leg deine Hände auf die Person, die neben dir steht Und fang an, im Heiligen Geist zu beten Beginn im Heiligen Geist zu beten Geist zu beten Geist zu beten Geist zu beten Oh, danke, Vater Danke, Vater Danke, Vater Danke, Vater Danke für Hoffnung 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 Im Namen von Jesus In Jesu Namen Ha, 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 ha Oh, yes 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 Thank you, Jesus Danke, Jesus Danke, Jesus Danke, Heiliger Geist Das du dir das Neues tust Du baust eine neue Grundlage Du baust eine Bühne Danke, Heiliger Geist Danke, Jesus Amen 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 Amen